Und wieder greift die Luft, beide sind sehr, sehr schnell und Vatox hat überholt. Sehr gut. Erste Runde geht an Vatox, haben wir uns fertig für die zweite Runde, die vielleicht alles entscheidet. Auf die Plätze, fertig, los! Fehlstart, Fehlstart. Einen Applaus für den Fehlstart. Also es wird nochmal spannend, das Finale, Finale Runde. Außenplätze, fertig, los! Diesmal kein Fehlstart. Er ist auch zugegeben, sie sind sehr schnell und Vatox hat überholt. Das heißt, Vatox hat gewonnen! Ach bitte, einen kräftigen Applaus für Vatox hat gewonnen! Applaus 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 Applaus